Ja, hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer zu Roos, live kommentiert gegen Kutze und Nilekampel5000. Ich bin der General Pilofas und ich hab den Koopa dabei. Moin. Yo ho ho Leute, ich bin auch hier. Ganz genau und du nimmst auch auf, auf deinem Kanal. Ja, natürlich. Ebenso wie ich. Wir sind jetzt hier ganz pro-like unterwegs. Doppelaufnahme. Ja, die Map ist den Kessel schließen, 60 Minuten Zeitlimit. Du spielst die Germanen, während ich hier die Russen übernehme. Gegen Russen. Oh, das wird lustig. Ich hab das dumme Gefühl, dass die uns fertig machen. Ich auch. Doppelhundert Level. Außerdem bring ich so den standardigsten Standard-Opener, den es gibt. Das kann eigentlich nur schief gehen, wenn ich es mal neutral betrachte. Aber mal sehen. Okay, meiner geht auf Luftwaffe. Warte, jetzt hab ich gerade Scheiße gebaut, aber egal. Ich hab gerade meinen Plan zweimal geändert und das ist schlecht. Ja, das ist schlecht. Fängt schon mal gut an. Da kommen Flieger, juhu. Das hatten wir doch schon mal, Koopa. Ja, ich bin tot. Oder vielleicht auch noch nicht ganz. Ich könnte jetzt noch auf Flieger gehen, wenn ich Rücksicht auf dich nehmen würde. Ja, tust du aber wie immer nicht. Und deswegen werde ich jetzt sterben. Soll ich? Na, 60 kostet das Gutfeld. Das ist ein bisschen zu heftig. Ich hab mal kurz ein paar Grenadiere raus, um ihn zu mobben. Na, ich könnte auch jetzt versuchen zu pushen. Ich seh ehrlich gesagt da mehr Chancen drin. Ja, wenn der Typ ein Noob ist, dann mach ihn fertig. Er ist zwar Level 100, aber da kommt nix. Ich hab jetzt sowieso gewonnen. Deshalb. Vielleicht trotter dich auch weg. Ja, ich vermute eher das. Boah, was bohrt er jetzt? Was bohrt er jetzt? Ah, ah, ich hab Angst. Ah, natürlich so einen hässlichen Außenposten. Ja, da kann ich auch außen rumgehen. Oh, fuck. Bringt der hier Panzeraufklärer? Was fällt ihm ein? Böser Junge. Böser, böser Junge. So, Blitz hab ich ja zum Glück drauf. Jetzt wird der Fanatismus nachgeschoben. So, es sieht so aus, als wäre der schlecht. Wenn ich das mal so sagen darf. Oder er hat's halt... Hat sich verkalkuliert. Meiner ist irgendwie auch nicht so gut, wie ich gedacht hab. Er ist irgendwie... Naja, wie soll ich das sagen? Hässlich? Ach, Kuba. Ja, du hast es auch irgendwie geschafft, bist er durchgebrochen. Das ist ziemlich komisch, weil normalerweise... Ist ja klar, was auf der Map hier gemacht wird, ne? Also, das ist ja nichts Besonderes. Ja, vor allem ich hab übel rumgefehlt. Ich hab mich so nubig verhalten. Ja, ich zieh dann mal weiter mit meinen Truppen, ne? Also, scheint geklappt zu haben. Ja, meiner ist auch gleich down. Alles kein Problem. Have we won? Okay, okay, alles klar. So, ja, der hat auch nicht viel gemacht hier, mein Gegner, um mal... Das... War das jetzt deiner oder meiner, der da aufgegeben hat, Kuba? Oh mein Gott. Ah, okay, also der hat jetzt erstmal kapituliert und wir haben gewonnen. Unglaublich. Was für ein Spiel. Das war High Skill mit einer Spielzeit von 2 Minuten und 52 Sekunden. Heftig. Applaus, Applaus. Applaus. Ja, dann, ähm... Ich würd mal sagen, ich schau mal, wie viel Dislikes ich damit krieg. Und ich schau mal, wie viel Hater zu dir kommen. Das wäre das Schall-Video ever. Okay, dann beende ich mal die Aufnahme. Ciao, Leute. Hoffentlich hat's euch genauso gefallen wie mir. Ja, ciao. Und, äh... Wir hoffen, wer solcher Spiele bringen zu können. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Roos, zu einem Live-Cast mit mir, dem Pilo und dem... Cooper, yohoho. Hi, Leute. Genau, und du bist bei mir leiser. Ich kann's jetzt leider nicht mehr ändern, hehe, weil wir da einen kleinen Roos-Bug haben. Also schreist du einfach. Und ja, ich nehme auf, die zwei Gegner sind... Na, ich schreie es nicht. Die zwei Gegner sind von JGC. Ähm, ich... Du kannst weiter aufnehmen. Ich stoppe kurz meine Aufnahmetappe raus, mach dich lauter und, äh, geh wieder rein und, äh, nehme weiter auf. Das heißt, es gibt dann... Ja, ich weiß. Äh, nur interessanterweise bleiben wir gerade im Ladebildschirm hängen, was natürlich... Vielleicht... ...mega geil ist. Ne, bin ich nicht. Noch nicht. Mit Absicht ja nicht. Zeitüberschreitung. Der Mongo kapituliert wie ein echter Kacknob. Okay, er konnte nichts dafür. Kacknob. Äh... Muhahaha. Nein. Muh... Oh Gott. Ach, nee. Nein, das meine ich nicht ernst. Das ist aus einem Video deshalb. Ähm... Geht das jetzt nochmal so, oder? Crazis. Ehe. Macht das jetzt alleine. Naja. Ja, er macht uns fertig. Ich weiß es. Ich glaube, ich weiß es auch. Naja. Wir müssen einfach an zwei Fronten pushen. Ähm... Ja. Kann gerade irgendwie nicht klicken. Ich... ...klicke immer daneben. Deswegen baue ich gerade langsamer als ich wollte. Und ich mache gerade die härteste Noob-Scheiße, die ich je gemacht habe. Ich baue Karo M13. Noob-Scheiße. Ahaha, Noob! Ach, ist das schön. Das macht Spaß. Mein Gott, wir kriegen echt nur solche Videos zusammen, glaube ich. Ja. Vor allem, weil meiner irgendwie wieder unnötig ist. So der Typ. Hast du gehört, Crazis? Du bist unnötig. Ach nee, ist das unfair? Ich würde er uns sagen. Seit wann? 2 gegen 1, wenn das gut managt, dann hat er doch mehr Wirtschaft, oder nicht? Ja, aber er hat weniger Listen. Das ist durchaus ein Nachteil. Ja gut, da hast du recht. Aber er schickt jetzt sowieso Grenadierer gegen Karo M11 insofern. Außerdem hat er jetzt hier 5 schwere Einheiten. 5, ja. Und... Ich meine... Ich sag's nochmal. Er schickt Grenadierer gegen Karo M11. Hier! Yes! Hier, Feigling! Feigling! Wir haben gewonnen! Muhahaha! Boah, Skill! Episch. Hey, noch schneller gewonnen. 1,54. Pino, also unser Duo absolut... Overpowered. Da ist... Da ist Teamplay dahinter. Das... Das ist echt schon... Richtig, richtig gut. Jo. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!